C-proteinreiche Lebensmittel, die helfen, schnell überschüssiges Fett loszuwerden. Kein Makronährstoff ist beim Abnehmen so entscheidend wie das Eiweiß. Eiweiße sättigen nämlich viel stärker als Kohlenhydrate und Fette. Die meisten kommen schon alleine, nur wenn sie darauf achten, genug Eiweiß am Tag zu essen in ein Kaloriendefizit und verbrennen somit Fett. Und da meine ich, ohne aktiv auf ein Kaloriendefizit zu achten. Außer dem Sättigungseffekt sind Eiweiße mit unter Voraussetzung, um Muskeln aufzubauen oder in einer Diät zu erhalten. Deshalb ist die Eiweißeinnahme nach dem Kaloriendefizit der zweite entscheidende Schlüssel für eine erfolgreiche Diät. Um die genannten Vorteile jetzt zu erzielen, muss die Eiweißeinnahme täglich bei mindestens 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht liegen. Bevor wir zu den einzelnen Lebensmitteln kommen, müssen wir noch klären, dass Eiweiß nicht gleich Eiweiß ist. Je nachdem, von welcher Lebensmittelquelle das Eiweiß kommt, kann unser Körper das Eiweiß besser oder schlechter verwerten. Man spricht hier auch von vollständigen und unvollständigen Eiweißen. Ein vollständiges Eiweiß setzt sich aus 21 Aminosäuren zusammen. Wie gut ein Eiweiß von unserem Körper genutzt werden kann, hängt von zwei Faktoren ab. Der erste ist der Leuzingehalt. Das ist eine von den 21 Aminosäuren, die allerdings maßgeblich bestimmt, wie gut das Protein genutzt werden kann. Je höher der Leuzingehalt in einem Lebensmittel ist, desto besser ist die Eiweißquelle. Der zweite Faktor ist, wie gut das gegessene Lebensmittel verdaut werden kann. Also wie gut die Aminosäuren verdaut, absorbiert und am Ende genutzt werden können. Die Studienlage zeigt, dass grundsätzlich tierische Eiweißquellen besser vom Körper genutzt werden als pflanzliche Eiweißquellen. Der Grund ist, dass tierische Eiweißquellen besser verdaut werden können als pflanzliche und dass bei tierischen Eiweißquellen bei gleicher Menge der Leuzingehalt höher ist als bei pflanzlichen Proteinquellen. Achtet man allerdings auf bestimmte Punkte, die ich dir später noch zeigen werde, dann kann man mit pflanzlichen Eiweißquellen genau die gleichen Effekte erzielen wie mit tierischen. Das erste Lebensmittel, was nicht ohne Grund ein Klassiker ist, ist Hähnchenfleisch. Hähnchen ist ein sehr proteinreiches und gleichzeitig fettarmes Lebensmittel. Vor allem, wenn man Hähnchenbrust nimmt, was ich in einer Diät empfehle. Bei einer Hähnchenbrust hat man schon ganze 45 Gramm Eiweiß. Die Hähnchenbrust kann man in einer Diät super auf mehreren Weisen zubereiten. Eine einfach zuzubereitende Mahlzeit bei der Körperfettreduktion, die gleichzeitig auch noch super schmeckt, sind Wraps. Den Wrap kann man dann nach Belieben auch noch richtig voll mit Gemüse machen und hat dann eine proteinreiche und große Mahlzeit mit gleichzeitig wenig Kalorien. Das zweite Lebensmittel ist Körniger Frischkäse. Ein Becher fettreduzierter Körniger Frischkäse hat ganze 26 Gramm Eiweiß. Im Frischkäse kann man super einfach snacken und damit eignet sich Körniger Frischkäse auch super zum Mitnehmen. Ein einfaches, leckeres Rezept sind Frischkäsetaler. Dafür mischt man den Frischkäse mit Gemüse, wie zum Beispiel Tomaten, Petersilie, Brühlingszwiebel und gibt ein wenig Mehl dazu. Hier kann man dann optional auch noch für mehr Proteine Käse oder Fleisch dazugeben. Formt dann Thaler und backt diese dann im Backofen oder der Heißluftfritteuse für 15 bis 20 Minuten. Und damit hat man dann mindestens 30 Gramm schmackhafte Proteine. Mit einem Kräuterkork, Käse oder Fleisch kann man hier dann ganz einfach den Proteingehalt noch auf 50 Gramm erhöhen. Das dritte Lebensmittel sind Eier. Ein mittelgroßes Ei beinhaltet 6 Gramm Proteine. Die einfachste Möglichkeit hierbei sind mehrere gekochte Eier zu essen. Der große Vorteil bei Eiern ist, auch hier, dass man gekochte Eier super überall mitnehmen kann. Das heißt, auf der Arbeit bei der Mittagspause kann man jede Mahlzeit ganz schnell proteinreicher gestalten, indem man noch Eier dazu isst. Wenn du hierbei noch Kalorien einsparen möchtest, dann kann ich dir noch flüssiges Eiklar empfehlen. Bereits getrenntes flüssiges Eiweiß bekommt man zum Beispiel bei DM. Damit spart man es, sich Eier zu trennen und verschwendet auch kein Eigelb. Hier ist einmal der Vergleich der Kalorien vom Eiklar und einem vollen Ei bei gleicher Eiweißmenge. Du siehst, wir haben hier einen großen Unterschied, was die Kalorien angeht. Was ich gerne in einer Diät mache, ist es, Eiklar mit vollen Eiern zu mischen und daraus dann Rührei zu machen. Bei zwei ganzen Eiern und einer halben Flasche Eiklar kommt man so auf 39 Gramm Eiweiß. Für dieselbe Menge müsste man 6,5 ganze Eier essen, wobei sich dann auch noch die Kalorienmenge ändert. Das vierte proteinreiche Lebensmittel ist fettarmes Rinderhackfleisch. Ob man fettarmes oder normales Hackfleisch nimmt, macht auch einen großen Unterschied bei der Kalorienaufnahme. Fettarmes Rinderhack hat auf 100 Gramm zum einen einen etwas höheren Proteingehalt und gleichzeitig nur etwa die Hälfte der Kalorien wie normales Rinderhackfleisch. Damit ist es perfekt, um den Körperfettanteil zu reduzieren. Eine Mahlzeit, die sich super in einer Diät eignet, ist Reis mit Hack, Tomatensauce und Gemüse. Damit hat man eine große Portion und ganze 59 Gramm Eiweiß. Wenn du genau wissen möchtest, wie und mit welcher Menge man das zubereitet, habe ich in der Videobeschreibung den Link zum Video dazu. Als nächstes haben wir eine pflanzliche Eiweißquelle und zwar Tofu. So ein Naturtofu-Block enthält 31 Gramm Eiweiß. Allerdings ist der Fettanteil mit 16 Gramm auch deutlich höher als bei den anderen vorgestellten proteinreichen Lebensmitteln. Das ist nicht schlimm, aber wenn du hier Kalorien sparen willst bzw. musst, um in ein Defizit zu kommen, dann empfehle ich dir die Sojaprodukte von Beyond Meat. Diese Packung hier enthält zum Beispiel 36 Gramm Eiweiß und nur 4 Gramm Fett. Wie du am Anfang des Videos ja schon erfahren hast, werden pflanzliche Proteinquellen schlechter vom Körper verdaut. Um den gleichen Effekt wie bei tierischen Lebensmitteln zu erzielen, muss man bei pflanzlichen Eiweißquellen darauf achten, generell mehr Eiweiß zu essen oder die Proteinquellen mit anderen pflanzlichen Lebensmitteln zu kombinieren. Der Grund ist, dass pflanzliche Proteinquellen entweder nicht alle 21 Aminosäuren enthalten, wie das bei tierischen Lebensmitteln der Fall ist, oder wie im Fall vom Soja, gewisse Aminosäuren nur in einer geringen Menge vorhanden sind. Isst man jetzt aber mehr Eiweiß oder kombiniert pflanzliche Eiweißquellen, dann gleicht sich das wieder aus. Konkret bedeutet das, wenn du dich hauptsächlich pflanzlich ernährst, sollte die Eiweißeinnahme bei mindestens 2 Gramm pro Kilo am Körpergewicht liegen. Hier siehst du nochmal eine Liste, welche pflanzlichen Lebensmittel kombiniert alle 21 Aminosäuren ergeben. Das sechste Lebensmittel sind Garnelen. Garnelen sind mit 17 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm sehr proteinreich und mit gerade mal einem halben Gramm Fett sehr fettart. Diese beiden Packungen enthalten 34 Gramm Eiweiß, womit man sich einfach und schnell einen leckeren Garnelensalat machen kann. Als siebtes haben wir eine weitere gute pflanzliche Eiweißquelle und zwar rote Linsen. 100 Gramm Linsen enthalten 27 Gramm Eiweiß. Die einfachste und gleichzeitig sehr schmackhafte Möglichkeit, Linsen zuzubereiten, ist es eine Linsensuppe zu machen. Der Vorteil von roten Linsen gegenüber zum Beispiel braunen Linsen ist, dass diese in nur 10 Minuten gekocht sind und eine rote Linsensuppe für meinen Geschmack besser schmeckt als braune Linsen. Auch wenn Linsen eine super Proteinquelle sind, enthalten sie gleichzeitig aber auch einige Kohlenhydrate, wodurch man für die Eiweißmenge auch viele Kalorien hat. 27 Gramm Eiweiß bei Linsen entspricht 378 Kalorien. Im Gegensatz sind es bei Hähnchen zum Beispiel für die gleiche Eiweißmenge nur 132 Kalorien. Das heißt, um ein Kaloriendefizit am Ende des Tages zu erzielen und damit überschüssiges Fett loszuwerden, muss man das berücksichtigen und entsprechend dann weniger an anderen Stellen essen. Die achte Proteinquelle ist Eiweißpulver. Eiweißpulver ist ein Nahrungsergänzungsmittel und sollte, wie der Name es auch schon sagt, zur Ergänzung genutzt werden. Ich habe es dennoch in der Liste aufgenommen, weil es sehr gut vom Körper verwertet werden kann und man mit Eiweißpulver einfach und kalorienarm auf den täglichen Eiweißbedarf kommen kann. Ist man ausgewogen, dann kann man ohne Probleme auch ein bis drei Eiweißpulverportionen pro Tag zu sich nehmen. Und dafür muss man auch nicht zwingend vorher trainiert haben, sondern man kann das Eiweißpulver wie die anderen Eiweißquellen auch täglich für Mahlzeit nutzen, um genug Eiweiß zu essen. Das Schöne hierbei ist, dass sowohl tierisches als auch pflanzliches Eiweißpulver von den großen Herstellern gleich gut verwertet wird. Bei den pflanzlichen Eiweißpulvern wird nämlich darauf geachtet, dass mehrere pflanzliche Rohstoffe genutzt werden, sodass das Aminosäurenprofil vollständig ist. Neben einem klassischen Shake kann man das Eiweißpulver auch hervorragend für einen Proteinporridge nutzen. Dafür gibt man einen Löffel Proteinpulver in den Porridge und hat somit eine gute proteinreiche Mahlzeit. Das neunte proteinreiche Lebensmittel ist Thunfisch. Vor allem Thunfisch aus der Dose ist super einfach zuzubereiten und man kann es ohne Probleme überall mitnehmen und damit Eiweiß für die tägliche Gesamtmenge aufnehmen. In einer Dose Thunfisch sind 35 Gramm Eiweiß. Eine perfekte Mahlzeit für die Diät ist ein Thunfischsalat. Wenn man den Thunfisch unterwegs essen will, eignet sich der Thunfisch in der Dose mit Dressing super. Zwei Dosen enthalten 36 Gramm Eiweiß. Der Thunfisch hat Geschmack und ist nicht so trocken wie es bei der in Wasser eingelenkten Variante ist. Ein weiteres sehr gutes Lebensmittel ist Skier. Ein Becher Skier enthält ganze 55 Gramm Eiweiß. Skier eignet sich besonders gut abends vor dem Schlaf umgehen, weil es hauptsächlich Proteine beinhaltet, die langsam vom Körper verdaut werden. Damit wird der Körper über Nacht optimal mit Eiweißen versorgt. Eine super Möglichkeit den Skier zuzubereiten ist es, sich eine Art Früchtejoghurt zu machen. Dafür mischt man den Skier mit Obst und kann dann noch etwas Honig und Nüsse dazugeben. Sehr lecker und super um abzunehmen. Und das sind die 10 besten proteinreichen Lebensmittel, um den Körperfettanteil zu reduzieren und definierte Muskeln zu bekommen. Wenn du abnehmen willst und dabei individuelle persönliche Unterstützung von mir haben möchtest, mit einem auf dich abgestimmten Ernährungsplan, dann geh auf den ersten Link in der Videobeschreibung und trage dich für ein kostenfreies Erstgespräch ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass doch gerne ein Like da und vergiss nicht zu abonnieren für weitere Tipps zum Abnehmen. Bis im nächsten Video. Ciao.